Nun sprechen wir über das Trading von Zinsentscheiden. Das sind richtig tolle Dinge, die wir in unserem Trading gut integrieren können. Wir können das Ganze sehr, sehr schön planen und unsere Setups entsprechend auch aufstellen. Und ich möchte Ihnen hier in den nächsten Minuten einmal zeigen, mit welchen Strategien ich solche Nachrichten trade, wie Sie das Ganze auch angehen können. Vielleicht können Sie da die ein oder andere Idee für Ihr eigenes Trading auch mitbekommen. Vorab natürlich wie immer der Risikohinweis, der ist auch hier wichtig. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Auf der Agenda für das Webinar haben wir die Punkte Terminierung der Events. Wir sprechen etwas über Psychologie, weil Psychologie spielt gerade beim Trading von Zinsentscheiden oder generell auch von Nachrichten eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Wir schauen mal, was machbar ist vor dem Termin und was wir nach dem Termin machen können, um erfolgreich zu traden. Bei dem Punkt Terminierung der Events, das ist das Schöne im Trading, wenn wir Sachen planen können, ist das immer ein sehr, 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 sehr großer Vorteil, weil wir dadurch Zeit haben, uns sehr, sehr gut vorzubereiten. Und Sie wissen das ja auch, nehme ich an, aus dem echten Leben, wenn man eine Sache richtig gut plant, an viele Eventualitäten denkt, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Plan hier entsprechend auch aufgeht. Aus diesem Grund können wir hier die Termine der Zentralbanken auch gut planen. Die wichtigsten Zentralbanken sind hier die Bank of England, die EZB, die Federal Reserve in den USA und die Bank of Japan. Es gibt natürlich noch einige andere Zentralbanken, wie zum Beispiel auch die in Australien oder in Kanada. Diese gibt es natürlich auch, die sind auch wichtig und ich habe jetzt hier einfach mal die wichtigsten Zentralbanken meiner Meinung nach für Sie aufgeschrieben. Und diese Zentralbanken geben natürlich auch genau bekannt, wann sie Wirtschaftssitzungen haben, wann sie Zinsentscheide herausgeben. Das sind alles Dinge, die können wir sehr, sehr, sehr gut planen. Das können wir zum einen tun, indem wir die Websites der Zentralbanken besuchen oder Börsenwebsites, beispielsweise wie Investing.com oder FX Street dazu nutzen, diese Events zu planen. Der Vorteil, wenn Sie auf die Webseiten der Zentralbanken auch blicken, ist der, dass Sie sozusagen einen längerfristigen Plan auch machen können. Da gibt es sicherlich auch andere Kalender dazu, aber wenn wir beispielsweise mal hier auf die Website der Zentralbank gehen, dann finden wir sozusagen in den Daten die Kalendare, also die Kalender in diesem Moment. Und hier können wir gut sehen, wann es denn entsprechend Nachrichten gibt. Wann gibt es Pressekonferenzen, wann gibt es andere Meetings, wann gibt es Zinsentscheide. Also all diese Dinge können wir aus diesen Tabellenplanen hier rausnehmen und dann sozusagen sehen, aha, hier gibt es zum Beispiel am 13.09.2018 eine Pressekonferenz. Und damit wissen wir schon mal, jetzt ist der Tag, an dem eine solche Pressekonferenz kommt. Das mag für den einen oder anderen kurzfristigen Trader nicht ganz so wichtig sein. Er schaut dann sozusagen bei Investing.com, lassen Sie mich mal hier drauf schauen. Wir gehen mal kurz auf Investing.com. So, zum Beispiel, und da gibt es immer den Wirtschaftskalender. Übrigens auf Investing.com sehen Sie auch regelmäßig meine Beiträge. Das heißt, Sie sehen, Sie können das gerne auch Ihren Freunden und Bekannten auch empfehlen, diese Seiten auch mal anzuschauen. Wichtige Informationen finden Sie auf solchen Seiten. Und da gibt es immer diese Wirtschaftskalender hier auf Investing.com, wo ich die Wochenplanung auch immer mit mache. Und da sehen Sie, was an Nachrichten kommt für diese Woche, für die nächste Woche. Also alles diese Dinge finden Sie hier in den Filtern. Und damit können Sie Ihre Trades sehr, sehr schön vorbereiten. Und dann, wenn Sie diese Termine kennen, also sozusagen genau wissen, wann solche Nachrichten an den Markt kommen, können Sie sich auf zwei Handelsgrundsätze festlegen. Zum einen können Sie sagen, wie bereitet sich der Markt vor. Zum anderen können Sie sagen, was machen Sie denn an dem Tat, an dem die Nachrichten veröffentlicht werden. Das ist sehr, sehr wichtig für die Planung der ganzen Sache. Und dann, wenn Sie das Ganze im Kopf haben, auch die zeitliche Planung, ist es immer so, man macht sich natürlich seine Gedanken, was wie passieren kann. Und da spielt die große Psychologie in uns Menschen eine doch herausragende Rolle. Warum? Es ist so, dass viele, viele Trader den Wunsch haben, von der Idee so viel wie möglich mitzunehmen. Das heißt, wir haben hier beispielsweise die Nachrichten auf der Uhr, wissen, wann was kommt und lesen die Nachrichten. Und sagen Sie sich oder gehen auch von ökonomischen Berichten aus, die uns beispielsweise ein schönes, positives Bild entsprechend auch mit liefern. So, das ist der erste Punkt. Dann kommt die Idee, Mensch, da kommt ja, oder ist es ja gut möglich, dass wir eine schöne, starke Bewegung sehen. Das heißt, der Wunsch ist es hier, dass man so viel wie möglich mitnehmen möchte von dieser möglichen Bewegung. Also das heißt, am besten am Tief einsteigen und im Hoch aussteigen. Das ist ja so der Traum. Der Wunsch ist einfach da, dass man das möchte und man sagt sich, boah, da kann einfach nichts schief gehen. Das ist das, was da erwartet wird. Das ist so genial, man baut sich da ein Bild, es kann einfach nichts schief gehen. In der Realität sieht das dann aber durch die Psychologie häufig ganz, ganz anders aus. Das heißt, in der Realität ist es häufig zu sehen, dass man die eigenen Prognosefähigkeiten selbst auch überschätzt. Das ist mir in meiner Vergangenheit auch oft genug so gegangen, dass ich tolle Zahlen gesehen habe, gesagt, boah, das war der Knaller. Und dann musste ich noch unbedingt vor der Markteröffnung reingehen. Und danach bin ich ordentlich auf die Nase geflogen, weil ich halt einfach Dinge gesehen habe, die nicht da waren. Und selbst wenn diese Nachrichten wirklich hervorragend klingen, wir wissen doch nicht, wie der Markt reagiert. Ob er jetzt wirklich positiv oder negativ auf diese Nachricht reagiert, das wissen wir einfach nicht. Das heißt hier, ja, da gibt es einfach auf die Nase. Man überschätzt sich selbst. Das führt dann dazu, dass die Positionen oft zu früh eröffnet werden. Das kennt der ein oder andere vielleicht auch, dass man sich dann an den Kopf fest und sagt, oh Gott, hätte ich man noch gewartet. Oder aber man sich komplett falsch positioniert, das heißt auch noch in die falsche Marktrichtung hineingeht. Also all das sind Dinge, die können in der Realität oder die tauchen in der Realität immer auf. Das heißt, es gibt hier eine Lücke psychologisch bedingt zwischen dem Wunsch und der Realität. Wie kann das Ganze gelöst werden? Ich habe jetzt hier das gemacht, die Situation so, dass wir sagen, erst die Nachricht, dann der Markt, dann der Trader. Ich habe jetzt hier geschrieben, erst die Nachtlicht. Es kommt natürlich nicht auf Nachtlicht drauf an, sondern ich meine hier wirklich entsprechend die Nachricht. Ja, da sollte man doch einmal mehr die Rechtschreibung mit prüfen. Also erst die Nachricht, dann der Markt, dann der Trader. Das hat den großen Vorteil, dass sie wirklich mit dem Markt homogen sich einkaufen können und dann ihre Trades entsprechend planen können. Das schauen wir uns auch gleich mal an, wie das Ganze hier entsprechend mit läuft sozusagen. Und damit gehen wir dann schon in die Tradeplanung hinein. Und wir schauen hier, weil wir das Ganze ja vom Planung her in zwei Teile aufteilen können. Zum einen vor dem Termin. Das ist auch sehr, sehr schön geeignet für die Trader, die nicht die Zeit haben, den Event per se an dem Tag zu traden, an dem die Nachricht sozusagen kommt, an dem die Zentralbank-Sitzung ihre Pressekonferenz abhält. Das heißt hier, vor dem Termin ist das gut geeignet für auch die nebenberuflichen Trader oder diejenigen, die wirklich keine Zeit haben, den Event an sich zu trennen. Die zeitliche Planung können wir hier machen durch die Wirtschaftskalender. Und diese Tatsache verschafft uns Tradern den Zeitraum für eine kluge Planung. Das heißt, wir können zum einen sagen, welche Assets sind denn überhaupt von dieser Nachricht betroffen. Heißt hier im Endeffekt, ich muss gerade lachen, die Elena schreibt mir, Nachtlicht ist auch nicht schlecht. Ja, Nachtlicht hat das ein oder andere Mal auch seine Vorteile für den ein oder anderen vielleicht auch sogar im Trading. Gut und damit zurück zum Geschehen hier der Planung vor den Terminen. Das heißt, wir wissen, wann der Termin kommt. Wir können genau über übertroffen bzw. darüber sprechen, welche Assets sozusagen betroffen sind. Sind es Indizes? Sind es Währung? Ist es vielleicht auch durch die Korrelation ein Rohstoff, der davon betroffen sein kann? Also all diese Dinge können wir ganz, ganz gut im Research planen und alles in Ruhe machen. Das heißt, wir können auch nachschauen, wie könnte denn der Markt reagieren, wenn der Event dann da ist. Und dann ist das etwas Schönes ungefähr, das ist so über den Daumen, ungefähr eine Woche. Manchmal sind es auch sechs oder sieben Tage, nageln Sie mich da nicht fest. Aber wenn Sie mal von einer Woche ausgehen, ist das schon mal ein guter Zeitraum in diesem Bereich. Da fängt der Markt oft, nicht immer, aber oft an, seine Erwartungen einzupreisen. Das hören Sie auch in den Wirtschaftsnachrichten, wenn darüber gesprochen wird, wie sich die Zinsen entwickelt haben und so weiter und so fort. Dann heißt es dann ja oft, ja, der Markt, der hat das jetzt alles schon eingepreist. Aber was steckt denn dahinter? Was sind denn so Einpreisungsprozesse und wie können Sie davon partizipieren? Das ist halt wichtig zu wissen. Das heißt, dieser Einpreisungsprozess über den Daumen eine Woche vorher. Und das ist die erste Möglichkeit, wie Sie an diesem Event partizipieren können. Es ist immer total genial und das passiert so, so oft an den Märkten, dass wir da schon im Vorfeld megamäßig gut performen können. Warum? Schauen Sie es sich mal an. Ich habe Ihnen jetzt hier mal den Chart vom Dow Jones, also vom US30, hineingelegt in das Bild. Und wir sehen hier, schauen Sie sich das mal an. Ich habe Ihnen hier die Einpreisung mal angezeigt. Wir haben jetzt hier den Event. Das war der Event, der Tag des Events, hier der FED-Sitzung, beziehungsweise des FED-Protokolls und dann der Notenbank-Sitzung entsprechend. Da ist der Markt nach unten gelaufen. Das ist für das kurzfristige Trading Punkt 1 alles easy. Aber worüber wir jetzt hier sprechen, ist vor dem Termin. Und vor dem Termin macht halt Spaß, weil wir sehen, der Markt hat was Positives erwartet. Der lief hier unten aus der Korrektur raus, schön nach oben an und hat richtig toll performt. Und wir könnten hier unten sogar, hier kam das erste Umkehrsignal in diesem Markt. Der Markt hat hier untergeordnet den Aufwärtstrend gebildet. Das heißt, hier irgendwo, ich sage mal bei knapp 24.550 oder 24.600 Punkten reinsteigen und hier hochlaufen, bis der Markt bei 25.300 Punkten irgendwo da oben ein Hoch gefunden hat. Vor dem Event ist ja voll easy. Das heißt, das können wir nutzen im nebenberuflichen Trading, um von solchen Märkten zu profitieren. Das ist vor dem Termin alles entspannt. Und dann können wir auch sagen, okay, je nachdem wie es läuft, hier oben vor dem Termin wird die Position einfach glatt gestellt und fertig ist. Und damit sind sie erstmal außen vor und von irgendwelchen erratischen Bewegungen sozusagen um den Zinsentscheid herum völlig außen vor. Also das ist das Thema Einpreisung vor dem Termin. Und danach, wenn das gemacht ist, geht es dahin, was passiert denn am Tag der Veröffentlichung. Das heißt hier so ein bisschen auch nach dem Termin. Am Tag der Veröffentlichung, auch je näher wir dem Zeitpunkt der Veröffentlichung rücken, sehen wir auf alle Fälle erstmal einen Rückgang des entsprechenden Handelsvolumens. Warum? Die großen institutionellen Investoren, beziehungsweise die professionellen Händler, die Institutionen, gehen aus dem Markt raus. Die sind sehr, sehr, sehr vorsichtig. Das sehen wir auch, dass das Handelsvolumen deutlich zurückgeht. Und in diesem Zusammenhang, wenn das Handelsvolumen deutlich zurückgeht, haben wir auch die Situation, dass sich die Spreads ausweiten. Das heißt, jeder Trade wird alleine durch die Spread-Ausweitung erstmal, wenn sie ihn schon eingehen, möglicherweise teurer. Und dann auch sozusagen viel riskanter. Weil wir hier sozusagen die Situation haben, dass der Markt halt durch diese weit auseinanderlaufenden, durch das zurückgehende Investitionsvolumen die Spreads in der Ausweitung als Resultat haben. Das ist erstmal das, was wir hier wissen müssen. Dann geht es natürlich auf die Vorbereitung hinaus. Das heißt, die Vorbereitung für dieses Trading-Event heißt dann, wir machen im kurzfristigen Bereich eine Szenario-Planung durch die Chart-Analyse. Das heißt, da ist es gar nicht so wichtig, ob wir jetzt, oder was an dieser Zentralbank-Sitzung gesagt wird. Das spielt in diesem kurzfristigen Bereich meistens überhaupt keine Rolle. Für uns Trader ist es einfach wichtig, was der Markt aus diesen Nachrichten, aus diesen Veröffentlichungen macht. Und dazu brauchen wir die Chart-Analyse. Wir suchen hier dann sozusagen mögliche Anlaufpunkte in den Chart. Das heißt, wir gucken in den kleinen Zeiteinheiten nach wichtigen Dingen. Wir prüfen die Verhaltensweise der Kursvorläufe. Das sehen wir nicht im Tageschart. Das sehen wir in der Regel auch nicht im Stundenchart. Da müssen wir viel, viel kleiner reingehen. Das heißt, durch die Verhaltensweisen der Kursvorläufe können wir das Verhalten der Marktteilnehmer sehen. Und wir sehen hier bestehende Trends. Und wir sehen Seitwärtsranges, die wir hier sozusagen in dem Markt hatten, um den Kursverlauf zu prüfen. Das schauen wir uns einfach mal an. Wir können hier sozusagen die Seitwärtsranges beispielsweise sehen. Das war jetzt wieder in den letzten zwei Tagen, beziehungsweise am Donnerstag und am Mittwoch extrem gut zu sehen. Schauen Sie mal hier an dieser Stelle. Da habe ich ihn eingezeichnet vor, hier im 5-Minuten-Chart, vor der Bekanntgabe, der, das Fett, der, 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 beziehungsweise vor dem Auftreten, ähm, das, der Fettrede. Hatten wir hier über viele, viele, viele 5-Minuten-Kerzen sozusagen, ähm, eine Seitwärtsrange laufen. Und dann, Knall. Es gab den Bericht, der Markt ist nach unten einfach durchgerauscht. Im Minuten-Chart hätte man das Ganze ein Stück weit auch noch nach unten traden können. Alles kein Problem. So, jetzt haben wir hier diesen riesengroßen Rutsch gehabt. Es gab noch nicht wirklich einen Durchatmen. Und danach ist der Markt einfach wieder hochgelaufen. Das heißt hier, ähm, in dieser Situation konnte man doch sehr, sehr schön sagen, es lief hier in der Vorbereitung eine Seitwärtsphase. Ja? Das gleiche dann am Donnerstag. Der Markt ist hier schön nach oben gelaufen und ist dann vor dem Event, ähm, sozusagen um 13.45 Uhr gab es die, ähm, Zinsentscheidung, dass am Zins nichts gemacht wird. Und danach lief der Markt hier einfach innerhalb dieser Spanne seitwärts hin und her. Da gab es nicht wirklich viel nach oben, äh, und nach unten zu holen entsprechend. Und dann, dann kam der Knall nach unten, ja. Dann hat, ähm, Herr Draghi angefangen zu sprechen und der Markt hat sofort massiv reagiert. Es gab zuerst diesen Schub nach oben, dann gab es den Rutsch nach unten. Und deshalb, das ist halt so ein Punkt, wo wir sehen können, es ist hier gut, wenn wir sozusagen einfach mal abwarten, wie der Markt reagiert. Weil den ersten Spike, den wollen sie nicht im Depot haben. Der war so erratisch, sehen Sie ja hier, ähm, an dieser Kerze. Da können wir einfach nichts machen. Das ist wirklich Glück. Das ist, das ist Casino. Und Casino hat nicht wirklich was mit gutem Traden zu tun. Ähm, wenn Sie Spaß haben wollen, ähm, ja, nehmen Sie sich eine Flasche Sekt und eine nette Begleitung. Dann können Sie im Casino ein bisschen Spaß haben. Aber im Trading machen Sie sowas bitte nicht. Das hat nichts mit Spielen zu tun. Hier brauchen wir Handelstrategien. Aber wir sind ja sozusagen in der Vorbereitung des Ganzen. Also der Event ist jetzt da. Im Vorfeld gab es hier diese Sideways-Renches. Ähm, und dann geht es halt zum Trading. Wir warten die erste Marktreaktion ab und nutzen die zweite zum Traden. Das heißt, wir haben hier wirklich wieder erst die Nachricht, dann der Markt, dann wir. Das heißt, die erste Reaktion ist weg. Das kann auch erratisch sein. Das haben wir ja gerade auch gesehen. Aber die zweite Reaktion, die können wir sehr, sehr schön zum Trading nutzen. Weil entweder es geht weiter in die eingeschlagene Richtung oder es gibt sozusagen eine Gegenreaktion. Einfach, weil der Markt die Gegenreaktion, ähm, die erste Reaktion so tief nach unten getrieben wurde, dass es dann nach oben eine Reaktion geben kann. Ähm, das Thema der Range-Strategie stellt hier so ein bisschen eine Ausnahme, äh, entsprechend auch dar. Ja, da kann es sein, dass man nicht erst auf eine Gegenreaktion wartet, das heißt, auf eine Trendbildung, sondern die Strange-Strategie ist ja so gestellt, wenn die Range in eine Richtung gebrochen wird, dann hat man hier, ähm, entsprechend die Situation gegeben, dass wir einfach nach unten oder nach oben ausbrechen und dann mit dem Ausbruch entsprechend auch laufen. Und dann hat man auch alles schon im Markt liegen, ähm, das kann eine Ausnahme sein. Das würde jetzt hier, äh, in diesem Webinar nur etwas zu weit führen, intensivst auf die Vor- und Nachteile einer solchen Range-Strategie einzugehen. Den Grund möchte ich trotzdem mal so ein bisschen nennen. Das heißt, wir haben jetzt hier, ähm, einmal sehr, sehr schön auch gesehen, was hier läuft. Schauen Sie mal hier in diesem Bereich bei dem ersten, da hätte die Range-Strategie hervorragend geklappt, ne? Ne? Einfach Ausbruch, bang, wupp, weg, herrlich, ist ein Traum. Wir konnten sehr schön planen, wer nach uns verkauft, wir hatten hier Kursmarken, wir hatten hier Kursmarken, wir hatten hier Kursmarken, alles wunderschön. Das hätte hier sehr, sehr gut funktioniert und da konnte man dann sozusagen diesen starken Rutsch haben und dann die Gegenreaktion sogar auch traden. Also hier war es, wenn Sie sich das Ganze im Minutenschat mal anschauen, sehr, sehr schön möglich, auch nach oben zu laufen. Das können wir uns dann direkt mal im Live-Chat auch mit anschauen, wie das Ganze gelaufen ist. Das heißt, hier ab nach oben und dann hat das Ding hier oben wieder das Ganze zugänglich. Zugemacht. Wunderbar. Das war eine Gegenreaktion, die wir traden konnten. Hier an dieser Stelle am Donnerstag hätte diese Range-Strategie, ja, nur mittelmäßig funktioniert. Warum? Ich weiß nicht, ob es geklappt hätte, dass Sie auch durch die ausgeweiteten Spreads sozusagen hier profitabel den Ausbruch nach oben und nach unten hätten traden können. Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Im blödesten Fall wären Sie in die Short-Position nicht mit reingekommen, weil die Long-Position zuerst ausgeführt wurde. Wir wissen es nicht. Aber das spielt jetzt hier auch keine Rolle. Hier haben wir eine Situation, wo wir von der Trend-Fortsetzung profitieren konnten. Schauen Sie mal, hier hatten wir keine Trend-Fortsetzung, in diesem Fall hier. Hier drüben hatten wir sie. Wir hatten hier schön den Rutsch nach unten, die Korrektur nach oben. Dann ging es nochmal richtig, richtig schön nach unten. Das sind dann natürlich die feinen Dinge, die wir hier für das Trading auch mit nutzen können in diesem Bereich. Und das würde ich mir gerne mit Ihnen auch direkt mal noch im Chart anschauen. Das heißt, wir wechseln hier einfach mal in den Euro-US-Dollar hinein, in dieses Währungspaar. Und da sehen wir auch schon, was ich meine hier in diesem Bereich. Wenn wir uns beispielsweise hier mal den gestrigen Tag im Minuten-Chart auch anschauen. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz da hinscrollen, wo wir es hinhaben wollen. Den gestrigen Tag raussuchen, weil die Minute hat ja doch sehr, sehr viel. Schauen Sie sich das Ganze mal an. Wir haben jetzt hier sehr, sehr schön die Sidewards-Range. Da habe ich auch direkt live daneben gesessen und habe geguckt, was sich hier entsprechend bewegt hat. Wie der Markt gelaufen ist. Und wir haben diese Range hier drinnen. Ich zeichne Ihnen, hier ist die flachere Range von beiden in diesem Moment. Hier haben wir noch die etwas tiefere Range. Auf alle Fälle ist der Markt hier innerhalb dieser Range gelaufen. Und hier sehen Sie vom Prinzip, dass der Schub nach oben wirklich nur kurze Spikes waren. Und danach ist der Markt hier schön nach unten gelaufen. Und hier sehen wir halt genau die Situation, wo Sie kurze Rücksetzer zum Einstieg nutzen können, um dann die Trades nach unten schön zu positionieren. Und das ist dann halt der Punkt, wo Sie sagen können, jetzt haben wir den Markt hier abgewartet. Der hat kurz Zeit gehabt durchzuatmen. Wir haben also sozusagen hier in diesem Bereich, warten Sie, das scrollen wir mal kurz ein Stückchen rüber. Wir haben hier unten die erste Gegenreaktion gehabt, eine kleine. Ich gebe zu, das ist ein kleiner Chart, das ist eine kleine Zeiteinheit. Aber nichtsdestotrotz kann man das auch wirklich schön zum Traden nutzen. Es gab dann auch die Situation, schauen Sie, wer sowas Kleines nicht möchte. Wir müssen nur warten. Dann handeln wir es halt etwas größer. Dann gab es halt wirklich schön den Rücklauf. Und dann konnte man sozusagen hier die nächste Position eröffnen, als der Markt hier wieder unten drunter gegangen ist. Also hier, also es ist einfach immer wieder schön. Diese Bilder wiederholen sich wirklich immer und immer und immer wieder. Und wir konnten halt hier in diesem Markt dann entsprechend auch sehr, sehr schön planen, wo er entsprechend hinlaufen kann. Das heißt, warten Sie, jetzt machen wir das mal so, wie das Markt Timing sozusagen auch zu gestalten ist. Wenn wir uns mal den Stundenchart anschauen, da war diese Rutsch hier da. Dann gab es hier die nächsten Anlaufpunkte. Schauen Sie, wir hatten in der Trade Planung, konnten wir das halt wirklich sehr, sehr schön sehen. Wir hatten zum einen das hier in diesem Bereich. Dann hatten wir hier entsprechend den nächsten Anlaufpunkt im Markt. Also hier die nächste Unterstützung, wo der Markt einfach durchgerauscht ist. Dann hatten wir es entsprechend hier in diesem Bereich, wo die nächste Unterstützung lag. Und dann hatten wir hier noch so einen Spike nach unten. Und wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis auch mal anschauen, wo der Markt hinläuft. Wir laufen jetzt wirklich hier sehr, sehr schön in die Bewegung des Tagestrends hin. Und das sind Dinge, die fließen dann schön zusammen. Und das können wir dann natürlich hervorragend für das Trading nutzen, um auf diese News-Events entsprechend einzugehen. Also in dem Resümee zu diesen Zinsentscheidungen oder Trading-Events kann man sagen, sie sind sehr schön planbar. Wir können uns extrem gut vorbereiten auf die Marktreaktionen. Wir sollten die Psyche unter Kontrolle haben. Das heißt, diese emotional getriebenen Trades einfach außen vor lassen. Und dann natürlich einfach unsere Strategie traden. Ganz, ganz wichtig ist es hier wirklich zu sagen, wir warten im kurzfristigen Trading an dem Tag der News ab, wie der Markt reagiert und gehen dann in den zweiten Schub mit rein. Und in der Vorbereitung nutzen wir einfach die Einpreisung des Marktes auf diesen Event. Das sehen wir hier im Euro auch ungefähr ein, anderthalb Wochen vorher läuft der Markt halt hier schön nach oben. Das war die Einpreisung von einer Erwartung. Die Erwartung wurde dann sozusagen enttäuscht. An der kurzfristigen Zeit lief der Markt dann schon etwas nach unten. Das heißt, wir können uns hier sehr, sehr schön auf diese Nachrichten vorbereiten. Und dann im besten Falle sogar zweimal davon profitieren. An dieser Stelle möchte ich mich sehr, sehr gern für Ihre Teilnahme und Ihre Zeit, die Sie mir hier im Webinar geschenkt haben, bedanken. Ich hoffe, Sie konnten den ein oder anderen Hinweis für sich auch mitnehmen und für Ihr Trading entsprechend umsetzen. Wenn Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht. Sie können sehr, sehr gerne auf mich zukommen. Sehr gerne auch über die Advisory-Seite hier sozusagen auf der Website von Tickmill im Blog. Das hatte ich Ihnen ja vorhin entsprechend auch gezeigt. Mal gucken, ob ich das jetzt schnell nochmal auf die Seite bekomme. Kleinen Augenblick. Hier haben wir ja die Handelsideen. Genau. Sie können, wenn Sie in den Handelsideen sind, auch hier direkt mit mir in Kontakt traden. Das heißt, klicken Sie einfach auf Ask this Expert und dann können Sie hier auch die ein oder andere Frage stellen. Ich freue mich drauf, wünsche Ihnen weiterhin gute Trades und bis nächste Woche Freitag, wenn wir den nächsten edukativen Teil dann haben. Auf Wiedersehen, gute Trades, Ihr Mike Seidel.